Oh nein, oh nein, Alter. Das sieht so sad aus, Mann. Ja, ne? Was geht ab? Daniel Leon, herzlich willkommen zu PAUNCH! Zusammen mit meinem Fettsackfreund. Driller! PAUNCH! Ja, PAUNCH! Wir, ähm, bewerfen uns mit Stein und schlagen uns gegenseitig. Oh! Jawoll! Ich bin aus einem Stein gekommen. Yo! Boah! Oh, die Lippe, guck mal auf den, seine Lippe, sepzzy, Mann! Wie würdest du gucken, wenn einer Stein und dachte, oh lol, das war mega knapp. Ja, Mann. Sick. Oh! Das ist geil. Warum haben wir das noch nie gespielt? Ja, das ist alles, oder wie? Ja, das ist ein perfektes Zeitvertrag. Oh nein. Boah! Voll weggeklatscht. Ich korrigiere. Weggepounscht, Alter. Wie hast du das gemacht? Ich hatte den Stein und dann habe ich dich gepounscht, Alter. Gepounscht, Alter. Was? Das war kein Lipp. Mein Frodo, wie hat er hier einen Spaß? Sie lacht sich gar nicht schlappen. Boah, ich habe hier, Alter. Errungenschaft Genosse. Ja, lol. Jetzt habe ich eine andere Position, wie er dahin setzt. Scheiße, ist das scheiße Boah, das ist schon voll gut drauf mit dem Ziehen, ey Ich krieg das irgendwie voll nicht gebacken Ey, wo wirft der denn hin? Da ist so ein blaues Ding, siehst du nicht? Wenn du ziehen willst, ist es so ein blaues Ach Ich hab zwei Steine, ich hab zwei Steine, ist auch nice Ohohoho, da wollte ich nicht klöten Sorry Ich hab direkt gewonnen Saukrass Leul, wieso das? Ob ich dir nicht klöten geworfen hab? Ja, klöten treffer ist instant win Instant win Da macht er dich ja, da hat er keinen Bock mehr Okay, jetzt ist die Paunch Puh Wird so unscheinbar der Stein so hinter dem Schiffen, weißt du? Oh nein Jawohl, in den Arsch Boah, das war aber knapp In den Arsch Wow Scheiße Der werft die Dinger, Alter Oh Ninja Ich bin back in this Paunch, man Ich bin pounscht Oh Mann, die Steine am Rand kann man gar nicht nehmen Oh Jawoll Oh, klar Und ein Paunch da rum Komm nur her, du Oh, leul Paunch dir eine Paunch nach Im Fight Klatsch dir auch ab Du Oh 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 Boom Nein, dort sind Steinen liegen, Junge Oh 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 Komm her Komm her Ah Nein Oh Oh Ich hab's kaum gesehen Oh Die Faust Oh, nein Oh, nein Lol Okay Okay Boah I punch you Stay 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 right here Unentschieden Du hast mich voll weggepuncht. Echt? Okay. Zwei Spieler mit insgesamt zwölf Leben kämpfen gegeneinander und erhalten Punkte für jeden Kill. Der Lebenscontainer sind Felsbrücken, die von den Charakteren frei in der Arena bewegt und geworfen werden. Im Kampf Mann gegen Mann setzen die Charaktere ihre Muskeln ein und sitzen zu gezielten Schlägen an. Sobald alle Container erschöpft sind, geht das Spiel in die Endphase über, in der der Sieger die verdienten Punkte erhält. Ein 13. leerer Felsblock mit den Arena aufgetaucht bla bla. Okay, ich raff es nicht ganz. Nein! Was wollen? Jawohl! Oh, nice! Wir haben uns beide ausgeschaltet. Ja, Mann. Wahnsinn. Okay, jetzt, Mann. Der finale Kampf, Alter. Okay. Wer jetzt gewinnt, hat alles gewonnen. Okay. I give you the hard cocktail. Das Pausch-Pirale. Uh! Ha! Boah! Voll vorbei. Innenrücken, Alter! Ich pausch dich! Ha! 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 Mach's, Alter! Wuh! Boah! Okay. Double-Pier. Nein! Boah! Ha! 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 Hi! Ha! 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 Geh weg! Halt! Nein! Wollen! Komplett weg! 30 Sekunden, komm hoch! Nein! Aua! Vor mir muss man nicht genau, ne! Uh! Ja, unentschieden ist auch ein Ergebnis, Alter! Wollt ihr mehr Pound sehen? Schreibt in die Kommentare! Vielen Dank, Brille, fürs Mitspielen! Falls euch der nette Herr mit dem losen Hetzer gefällt, Link in der Beschreibung. Ja, ich hab auch einen Spenden-Link für ein neues Hetzer. Leidenspaß! Und wir gucken jetzt mal was für ein weiteres kostenloses Game wir finden. Bis dahin! Tschüssi! Oh! Origatou! 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 Techenan! Gagetou! 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 Alleken.